Hallo, das ist der beste gebackene Brokkoli, den ich je gegessen habe. Und dafür ein Brokkoli in einzelne Röschen zerteilen, den Knoblauch abziehen, den Brokkoli salzen, pfeffern, etwas Olivenöl dazugeben, den Knoblauch pressen, italienische Kräuter hinzufügen oder Kräuter der Provence. Alles gut vermischen und für 20 bis 25 Minuten bei 170 Grad Ober- und Unterhitze oder bei 150 Grad Umluft in den vorgeheizten Ofen geben. Dann aus dem Backofen holen und den fertigen Brokkoli mit dem Saft von einer halben Zitrone beträufeln. Und das war's auch schon. Guten Appetit!